Was ist da los? Ich ruf mal die Polizei kurz an. Ja, guten Tag. Mein Name ist Jürgen. Ich befinde mich gerade auf der A661 in Richtung... ...plan auf der linken Flur. Ja, genau. Okay, gut. Danke, tschüss. Ja, gut. Danke, tschüss. Ja, gut. Danke, tschüss. Ja, gut. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Untertitelung. BR 2018 Volle Joden. Was machst du denn da? 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 Vielen Dank.